Mein Name ist Stefan Lücking, ich bin Lehrer am GAF und leite den Kurs Darstellendes Spiel. Wir führen am Mittwoch und Donnerstag unser Stück Echalotten und Pomme de Terre auf, eine schwungvolle Krimi-Komödie mit viel Witz und Energie, eingestudiert von den Schülern, die das Stück auch selbst umgeschrieben haben. Heute ist die vorletzte Probe, morgen Generalprobe, dann geht es auf die Bühne und wir zeigen es dem Publikum. Ich bin Henrik Etzertz, ich spiele bei dem Theaterstück des DS-Kurses vom GAFMED. Abgesehen vom Stück wollen wir die Einnahmen spenden an eine Familie aus Goldenstedt, wo drei Kinder vollweisen geworden sind dies Jahr und der älteste Sohn von denen letztes Jahr hier am GAF Abitur gemacht hat. Untertitelung des ZDF, 2020